So, ihr habt gemerkt, dass wir tatsächlich gerade die Folge abgebrochen haben, oder beziehungsweise ich habe die Folge abgebrochen. Ich habe die Folge nämlich abgebrochen, weil wir gedacht haben, ja, das passt jetzt gerade mal einfach da einen kleinen Break reinzusetzen. So, zum Beispiel, mal sehen, was wir finden. Ja, super. Wie kommen wir da hoch? Weil jetzt eingeschätzt müssen wir natürlich keinen Umweg finden. Die Aufzüge werden wohl kaum noch funktionieren. Das wäre auch ein bisschen das Gut und zu viel gewesen, würde man. Ja, da kommt nicht der hoch, ne? Oder was? Das ist ernsthaft nicht. Nehmen wir die Dinger mal mit. Auf jeden Fall. Aber ich muss gerade mal im Blick finden, wie ich jetzt hier raufkomme. Ja, das war, okay, die Leiter da. Ja, Kaffee eigentlich gut. Warte, was war das? So, wir gehen zum Platzieren. Ich hoffe, dass wir da ran müssen. Ja, dann können wir hier hoch. Na komm. Wie viele sind das jetzt? Ah, fünf diese Woche. Kein Grund, sich zu beschweren. Was ist das jetzt? Ich muss noch den Flur prüfen. Das ist doch Quatsch. Wir wollen seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich und wir bleiben auch gründlich. Also pappen wir da. Okay, wie auch immer. Wie ist denn der eine jetzt hingegangen? Okay. Der ist dann. Ich muss mich sowieso mal ein bisschen dran. Ich habe gerade gehört, dass der schon wieder mal Klicker geredet hat. Oh Gott, ich hatte gehofft, dass wir die Typen los sind. Schnauze. Gute Nacht. Die Frage ist, ob das noch einer ist oder ob das zum... Naja, ich habe jetzt keine Ruhe. Oh, hier sind auch noch mal zwei. Okay. Super, ey. Aber was sind zwei, wäre denn nur noch einer? Yes. Wir sind ja lang. Wir sind ja lang. Ja, ich weiß auch. Super, es sind noch ein paar mehr, ne? Der habe ich fast überrascht, der Kollege. Die legen wir mal runter. Schnauze. Das Problem, der ist ein bisschen zu sehr auf mich fixiert, gerade. Ich komme nicht rum, ne? Ich probiere mich jetzt einen anderen Weg. So, den holen wir uns auch noch. Hm. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist das Gute. Das heißt, wir sehen uns morgen und dann wahrscheinlich wieder um 18 Uhr mit Let's Play and the Last of Us. Bis dahin und tschüss.